Oft ist die Technik in Bewegung wesentlich interessanter, als wenn man sich die Ausstellungsstücke nur bewegungslos in der Ausstellung anschaut. Die Vorführungen, die ich hier im Haus jetzt anbiete, interessieren sich an den Besucher, der gar keine großen Fachkenntnisse mitbringt. Er muss einfach offen sein für Neues. Mein Name ist Colin Bruchmann. Ich bin seit etwa elf Jahren Vorführer im Deutschen Technikmuseum. Meine Vorführbereiche sind hier unten in der Schifffahrtsabteilung und in der Luftfahrtabteilung im dritten Obergeschoss des Neubaus. Im Erdgeschoss habe ich vier verschiedene Vorführobjekte, die ich den Besuchern zeige, um die einzelne Technik der Schifffahrts ein bisschen näher zu bringen. Im Einzelnen ist es das Schiffshebewerk in Niederfino. Es ist die geneigte Ebene des Elbing-Oberländischen Kanals in Masuren. Ich führe eine oszillierende Dampfmaschine vor und eine alte 3D-Lokomotive, die damals am Fino-Kanal 1898 betrieben worden ist. Die 3D-Lokomotive vom Fino-Kanal kann ich auf einer Strecke von etwa 20 Metern hin und zurück fahren, um den Besuchern mal zu zeigen, wie es ausgesehen hat, als die Lokomotive damals noch tatsächlich in Betrieb war. Und zwischendurch erzähle ich immer etwas über die Bedeutung des 3Ds für die Schifffahrt, was ja in der heutigen Zeit keine Bedeutung mehr hat. Denn 3D bedeutet ja, ein Schiff vom Land aus zu ziehen. Und seit Kehne heute alle eigene Antriebe haben, ist das Schiff, das Ziehen von Schiffen vom Land aus eigentlich ohne Bedeutung geworden. So eine 3D-Lokomotive findet man nur noch bei uns hier im Technikmuseum. Die oszillierende Dampfmaschine, die ich hier vorführe, war früher bei einem Schoffelraddampfer am Ammersee eingebaut. Bei uns hier im Museum läuft die Dampfmaschine mit einem Elektroantrieb. Es ist leider nicht möglich, die Dampfmaschine hier tatsächlich mit Dampf zu betreiben. Dann wäre der ganze Innenbereich hier sehr schnell mit Qualm erfüllt. Die Dampfmaschine ist aber tatsächlich noch so im Betrieb, wie sie damals auch lief. Man kann also die einzelnen Bewegungsabläufe sich gut anschauen. Das Besondere der oszillierenden Maschine ist, dass dort die Zylinder nicht feststehen, sondern sich die ganze Zeit bewegen. Das ermöglicht eine geringere Bauhöhe und eignete sich damals sehr gut, um kleine Flussschiffe, die einen Schaufelradantrieb hatten, mit solchen Maschinen in Betrieb zu setzen. Wir haben auch ein Modell vom Schiffshebewerk Niederfino hier im Maßstab 1 zu 50. Wir präsentieren hier das alte Schiffshebewerk, was 1934 eröffnet wurde. Die Vorführungen, die ich hier im Haus jetzt anbiete, dauern etwa so 10 bis 15 Minuten. Man muss sich im Vorfeld mal informieren, welche Ausstellungsstücke gerade zur Vorführung kommen an dem Tag. Aber es ist auf alle Fälle eine Bereicherung, sich ein Vorführobjekt in Bewegung hier tatsächlich anzuschauen. Das ist auf alle Fälle eine Bereicherung, sich ein Vorfeld zu setzen.